Meine, jetzt muss ich überlegen, vierte Medimaps-Bestellung, jedenfalls das dritte Unpacking. Ne, dann ist es auch die dritte Medimaps-Bestellung. Jedenfalls, es ist immer noch November. Ich habe mich eingedeckt. Ich glaube, ich habe nachgekauft, was ich in den letzten paar Jahren nicht so gekauft habe. Habe ich jetzt alles in einem Monat gekauft. Ja, nächstes Unpacking-Video. Dann fange ich doch gleich mal an. Ich habe es nur aufgeschnitten, dass es dann nicht so lange dauert. Ich weiß jetzt selber auch gar nicht mehr so genau, was ich jetzt hier noch bestellt hatte. Mal schauen. Ach, das ist wieder eine Weltbild-Ausgabe. Okay. Dann fange ich mal an. Ähm, die Nacht der Hexe. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob das zu einer Reihe gehört. Ähm, da steht jetzt gar nichts. Gibt nämlich von dieser Autorin noch andere Bücher. Das ist jetzt jedenfalls wieder eine, ähm, Weltbild-Ausgabe. Geht jedenfalls um, ähm, ähm, äh, eine, die heißt Page und ist oberhaupt eines Hexenzirkels. Ja, äh, das Buch sieht man, ist gut gelesen. Das hat jetzt, glaube ich, die meisten Leserillen. Ähm, ja, mich stört das jetzt nicht so. Bisschen hier angegibt für den Preis rum 1,50 geht es. Ich gucke auch gar nicht danach, ob das jetzt guter Zustand ist oder nicht. Ähm, dann habe ich hier das schwarze Buch der Geheimnisse. Äh, okay, das ist auch ein Jugendbuch, in Anführungszeichen. Steht hier drauf ab 10. Ähm, was ging denn da nochmal? Ähm, also es geht um das, um ein schwarzes Buch. Äh, in dem Geheimnisse von Leuten aus einem Dorf dran stehen und das wird dann gestohlen und dann werden diese Geheimnisse zutage gefördert. Ja, äh, ist mal wieder was Nettes für zwischendurch. Hat allerdings jetzt, ja, okay, die Seiten sind jetzt nicht so, ähm, 285 Seiten. Die Strift ist halt ein bisschen kleiner und es steht gut einiges auf der Seite. Aber das hat sich so interessant angehört. Dann, ah, das werde ich als nächstes anfangen. Ich lese ja immer noch der, das Buch, ähm, Match, Matchboxboy oder wie das heißt. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ähm, das hier ist, äh, von dem Schöpfer von CSI. Und das habe ich, ähm, oh, hier ist noch ein Kassenzettel drin. Wann wurde denn das gekauft? Steht das da? Äh, irgendwie nicht. Ist komisch. Müsste eigentlich draufstehen. Also, wurde vielleicht, also, ziemlich alt zählt das irgendwie auch nicht aus. Wurde vielleicht, ähm, ach hier, 21.06.11. Okay, das ist eigentlich dann noch gar nicht so alt. Das hat auch knapp 2 Euro gekostet. Ähm, jedenfalls bin ich auf dieses Buch von einer anderen gekommen, die das vorgestellt hat in YouTube. Und, ähm, das hat sich richtig toll angehört. Das gehört auch zu einer Reihe. Und, äh, in dem Buch sind wohl irgendwie hier, äh, irgendwelche Videos zu sehen. Ähm, wo man, also hier sind, ähm, noch Passwörter drin, wo man Videos passender dazu sehen kann. Ähm, das fand ich irgendwie auch cool und interessant. Und, ja, es geht hier um, äh, Strafverfolgungen. Und die Straftäter sind eben halt in verschiedene, ähm, Stufen eingeteilt. Und dann ist eine neue Stufe dazu gekommen. Und zwar 26. Deswegen Level 26. Und das ist schon, äh, das Grausamste. Also, je höher das Level ist, desto grausamer sind die Täter. Oder, ähm, eben halt, ähm, ja, da gibt es halt extra dafür dann auch eine, ähm, Elite-Truppe. Und die, die drüber erzählt hat, ähm, äh, Chocolate-Pony. Ich, äh, verlinke mal den Kanal. Ähm, ja, hat es gerade so erzählt, dass es mir am besten gefällt. Also, sie fand es irgendwie, ja, voll heftig und so. Aber irgendwo hat es ihr, glaube ich, auch gefallen. Und ich finde halt die Idee mit diesen Internetseiten eigentlich gut. Nur, so wie sie es erzählt hat, sieht man ja dann auch die Personen und die Räume und so. Und das ist das, was mir dann wieder irgendwie nicht gefällt. Ähm, man kann seine eigene Fantasie nicht entfalten. Also, ich bin am überlegen, ob ich, ähm, diese Videos nicht erst schaue, wenn ich das Buch gelesen habe. Aber ich glaube, ich werde sie dann doch, ähm, ja, zwischendrin schauen. Und dann, ja, wenn sich diese Gesichter in mein Gehirn brennen. Hm. Egal. So, dann hier ein Buch. Ja, das wurde auch gelesen. Oder nur einmal blöd aufgemacht. Keine Ahnung. Sonst soweit gut. Ist eigentlich ein neues, auch ein Jugendbuch. Hm. Da geht es um eine Mona. Äh, die... Bei dem... Die eine Kopie des Bildes Mona Lisa entdeckt. Und, ja, hm. Das Lächeln von der Mona Lisa ist verschwunden. Tränen laufen ihr über das Gesicht. Ja. Und die hat eine Psi-Begabung. Und da kommt sie auf dunkle Geheimnisse. Hm. Mystery. Mal gucken. Hat sich interessant angehört. Also das hier wurde auch gut gelesen, das Buch hier. Äh. Mucksmäuschen. Toten. Thriller. Auch ein Jugendbuch. Äh. Ja, immer halt auch Totenmordschlag. Steht jetzt nichts Bescheides. Ah. Äh. Hier steht aber, ähm... Da gibt es ja das Buch Tote Mädchen Lügen nicht. Äh. Und die schreiben da, dass es halt... Ein raffinierter Thriller ist für Fans von dem Buch. Also das hier ist das Buch Tote Mädchen Lügen nicht. Ja, dann... Das hat mir eigentlich auch gut gefallen. Da werde ich auch noch was dazu sagen. Äh. Ja, dann muss das eigentlich auch sehr gut sein. Ich lasse mich mal überraschen. Dann habe ich noch hier... Äh. Seikolum. Seikolum? Seikolum. Ah. Ist schon spät. Ähm. Ja. Irgendwie sieht es auch nicht gerade so aus, wie wenn es gelesen wurde. Vom Buchrücken her ist nur hier und hier ein bisschen eingedält. Kann aber auch, ähm... Ähm... Bei mir die Mops passiert sein. Was ging es denn hier noch? Aha, irgendwas mit nem Fluch. Ich glaube, da davon hat auch irgendjemand erzählt. Kein Strom, kein Handy, man ist irgendwo mitten im Wald. Fünf Tage. Irgendwie ein Live-Rollenspiel. Ah. Okay. Aha. Ja. Das hat sich interessant angehört. Denke ich ist eigentlich auch ziemlich schnell zu lesen. Auch wenn es ziemlich dick ist. Ähm... Ja. Okay. Bisschen weniger wie 500 Seiten. Ja. Da bin ich jetzt auch drauf gespannt. Ja. Das war jetzt vielleicht meine Medimops-Bestellung. Rutscheine noch und da oder so Zeug. Alles dabei. Na ja. Also wie gesagt, ähm, ich denke, ich werde das als nächstes lesen. Das habe ich schon gar nicht mehr erwarten können. Und ja, dann werde ich davon dann auch nochmal berichten. Ähm, ja. Hat sich jedenfalls toll angehört. Okay, tschüss! Gut.